Hallo zusammen, Erling Braut Harland gibt es endlich als Spieler des Monats. Eine 90er Karte hat er bekommen, sieht erstmal vom ersten Anblick wirklich gut aus, gefällt mir. Und wir gucken ihn uns mal genauer an. Drei Sterne schwacher Fuß nur, drei Sterne Spezialbewegung, das ist natürlich ein Nachteil. 1,94 groß, Arbeitsraten hoch, hoch, starker Fuß links. Attribute Details, Antritt 86, Sprintgeschwindigkeit 94, ist schade, dass es nicht ganz ausgeglichen ist, aber was wir mal machen. Schuss ist sensationell, Stellungspiel 93, Abschluss 94, Schusskraft 99, Fernschüsse 90, Volleys 89, Elfmeter 86. Passen, Übersicht ist in Ordnung, Flanken soll er nicht machen, Freistoßpräzion brauche ich nicht, kurzer Pass 85, als Stürmer richtig gut, Effet 88, also auch ausreichend. Beweglichkeit ist wirklich das einzige Manko, was ich wirklich habe. Beweglichkeit 0,84, Balance 75, Reaktion 93, super, Ballkontrolle ist in Ordnung, Dribbling ist in Ordnung, Ruhe 93, super. Ja, Physis ist auch in Ordnung, Stärke 97, Aggressivität 88, also das ist schon ein vernünftiger Spieler. Und ein Tempo-Dribbler, ja, das ist Spieler des Monats Haaland, und ich werde jetzt dafür auch gleich was eintauschen. Nehme ich das 23-Plus-Pack, ob da was bei rausgekommen ist, werden wir dann sehen. Aber vielen Dank fürs Zugucken, Erling Braut Haaland, sensationeller, guter Spieler, in meinen Augen, für mein Bundesliga-Team, perfekt geeignet. Bis dann, ciao, ciao.